Großveranstaltung in Stuttgart Damit ist nicht der Katholikentag 2022 gemeint, sondern das zweite BDKJ-Bundesfest 1959. Mit Stuttgart entschied sich der BDKJ bewusst für eine durch die evangelische Kirche geprägte Stadt und Region. Unter dem Motto »Unser Zeugnis prägt die Zeit« wurde ein Programm erstellt, das deutlich ein Aufbruch in eine neue Veranstaltungskultur war. So war Jazzmusik zu hören und die Zeitung zum Bundesfest »Zeugnis 59« fand aufgrund der Inhalte wie der Gestaltung so großen Anklang, dass sie als Zeitschrift »Kontraste« weitergeführt wurde. »Kontraste« »Kontraste«